in unserer virtuellen Hütte. Grüß dich, Jo. Schön, dich zu sehen. Nicht übertreiben hier. Es freut mich tatsächlich sehr, ja. Wird mir ganz plümerant. Zumut. Hat man früher gesagt, ne? Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, klar, natürlich. Ich freue mich auch. Kann man aber gleich sagen. So, ich putze nochmal die Nase. Ach so, ja, dann fangen wir nochmal an. Das war schon der Beginn. Der nimmt schon auf. Ja, das war schon der Beginn. Aber ihr schneidet das doch nochmal. Ja, das schneiden wir auf jeden Fall. Dann fangen wir nochmal an. Okay. Also, 3, 2, 1. Grüß dich, Jo. Welch Glanz in unserer virtuellen Hütte freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, übertreib es nicht. Wird einem ja ganz plümerant ums Herz. Aber ich freue mich natürlich, dabei zu sein. Vor allen Dingen auf dem Kongress. Auf den Kongress freue ich mich. Wir haben ja so lange Zeit gar nichts gehabt. Jetzt kommt es langsam. Dann gab es nur die Online-Kongresse. Und ja, physisch Menschen zu treffen, das ist, glaube ich, etwas, das... Also, ich habe es vermisst. Und ich kenne das ja auch, wie schwierig das ist, Kongresse zu machen. Wir hatten ja früher bewusst Kongresse. Die sind dann teilweise ja torpediert worden. Wir hatten einen großen Kongress in Wien auf dem großen Saal. Dann wurde der Saal gekündigt. Dann hatten wir was als Ersatz. Wurde auch gekündigt. Dann nochmal gekündigt. Das wäre nachher... Also, das ist leider die Erfahrung, die ich auch gemacht habe mit Kongressen. Deswegen freue ich mich umso mehr. Ich denke, da sollten wir zumindest, was das angeht, dass uns gekündigt wird, gehe ich mal davon aus, das können wir ja hoffentlich ausschließen. Und ich denke, wir haben ja diesmal was, was politisch recht unproblematisch sein wird. Wir reden hier über ganz andere Dinge. Und es geht ja eigentlich eher um Menschen und wie sie zu sich selber kommen und um Transformation. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen, worüber du dann uns berichten wirst. Ja, was heißt berichten? Transformation ist natürlich so ein Thema, wo auch die Meinungen weit auseinander gehen. Und ich kenne halt viele Leute, die sagen, die Dunklen haben alles im Griff und es geht alles in die neue Weltordnung. Und die Leute wachen nicht auf und so weiter. Ich bin der Ansicht schon, dass es eine ganz besondere Zeit ist, dass wir wirklich einen ganz großen Wandel erleben. Mein Eindruck ist, dass noch nie so viele Menschen so viel gewusst haben über die Pläne der Dunklen. Also bis hin zu den schrecklichen Dingen, die passieren in unterirdischen Kellern mit Kindern und so weiter. Das wissen inzwischen so viele Menschen. Und das wird auch eine Auswirkung haben. Ich glaube schon, dass auch etwas stattfindet oder schon stattgefunden hat oder ein Prozess stattfindet auf jeden Fall, an dem wir natürlich alle beteiligt sind. Und meines Erachtens, ich mache bewusst TV, es hat immer mit dem Bewusstsein der Menschen zu tun. Und ein Wandel fängt immer damit an, dass man sich bewusst ist, dass ein Problem da ist. Wenn du, was weiß ich, wenn jemand Alkoholiker ist und der denkt, ich habe kein Problem mit Alkohol, nur ohne, dann kann er das auch nicht lösen. Also er muss es erst mal erkennen, dass er ein Problem hat. Und genauso muss die Menschheit erst mal erkennen, dass hier über, wie lange, ich weiß nicht, ich schätze wirklich über Jahrtausende und Ionen, wie auch immer, dunkle Kräfte, aber auch in letzter Zeit sehr massiv zugenommen, alle richtigen Positionen besetzt haben und die Menschen dermaßen manipulieren, dass sie auch gar nicht das Bewusstsein haben dafür, was sie eigentlich sind. Und versuchen, die Menschen auf der materialistischen Ebene zu halten. Und das ist, wie gesagt, die letzten ewigen Zeiten, also wenn man ein bisschen zurückdenkt, war es ganz vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Und jetzt wird es überall sichtbar. Also wir haben eine Zeit, der, ja, die Dinge kommen ans Licht. Das ist für mich eine Lichtsache. Also irgendwie in der Dunkelheit. Also wenn das Licht kommt, verschwindet die Dunkelheit. Das ist ganz einfach. Wenn ich eine Lampe anmache, hier wird es heller. Und so sehe ich das für die Menschheit. Also dass das Bewusstsein jetzt bei, auch wenn es nicht die Massen sind, die Massen sind gar nicht entscheidend. Also die Massen verändern nicht die Dinge. Aber wenn ein großer Teil doch der Menschen wirklich das im Bewusstsein hat, dann verändern sich die Dinge. Und ich glaube, das erleben wir im Moment deutlich. Ja, das ist das Spannende. Momentan wird im Grunde ja jeden Monat ein Pädoring. Hochgehoben, was ja auch schon dafür spricht, dass wir es mit einem Wandel zu tun haben. Das finde ich ja bei dir jetzt auch das Besondere und Spannende bei dem, was du vorträgst. Du hast ein unheimlich breites Wissen. Du gehörst zu den Urgesteinen in der Alternativszene. Und du hast die Kontakte bis rüber nach England zu David Icke, was ich verfolgt hatte. Du hast also diesen Spannungsbogen drauf. Das hast du mir auch im Vorgespräch schon gesagt. Von diesem dunklen Umfeld einerseits, von diesen Kräften, die knebeln wollen und andererseits uns als Wesen, die sich entfalten wollen, die ins Licht wollen. Und in dem Ding wolltest du dich ja aufhalten. In diesem, ja, Spannungszustand. Und das finde ich spannend. Ja, ich denke, es hat natürlich alles letztlich mit, alles beginnt ja im Bewusstsein und äußert sich natürlich im täglichen Leben, in der Politik, in der Gesundheit, in der Kunst, in den Medien, in allen Bereichen wirkt sich das aus. Das heißt, wenn wir sagen, ja, die Politik ist scheiße und wir brauchen Merkel muss weg, ja, die ist weg. Okay, ist aber auch keine Lösung, wie wir sehen. Und wie, ja, die Leute, die immer gesagt haben, Merkel muss weg oder eine andere Partei, auch wenn wir jetzt eine andere Parteienkonstellation hätten als Regierung, die Kräfte dahinter sind die gleichen und das Bewusstsein dahinter, hinter dieser, ja, ich sag mal, der äußeren Welt ist das Gleiche. Und dann ist es wirklich egal, ob wir eine rot-grüne oder schwarz-gelbe oder keine Ahnung, was für eine Regierung wir haben. Und ja, das Bewusstsein dahinter, das ändert sich nicht bei diesen Kräften. Also wir haben natürlich eine Politik und auch die Medien, die gesteuert sind von dunklen Kräften, die auch gar nicht das Bewusstsein haben, dass das überhaupt irgendwo, dass es Menschen gibt, die, ja, was viel Höheres anstreben, etwas Liebevolles, Lichtvolles, Freudvolles, eine Zukunft, wo das Leben Spaß macht und auch die individuelle Selbstentfaltung. Ich sehe es wirklich so, wir sind göttliche Emanationen, wie immer man in einem physischen Körper, die Leute dann sagen, ich habe gesagt, ich bin Gott, sag ich es nicht so. Also alle sind Teil von Gott und wir wollen eben individuelle Erfahrungen sammeln in dieser Welt, auch in dieser schwierigen Welt. Und wir wollen aber nicht vergessen, wo wir herkommen und dass wir eben uns entfalten wollen und nachher in so einem Ameisenstaat, in so einer neuen Weltordnung landen, wo ja keiner mehr das Recht hat, eine freie Meinung zu äußern oder auch eine andere Ansicht zu haben. Und wir haben das ja gesehen, weil bei Twitter wieder zensiert wurde und jetzt ändert sich auch da was. Also ich finde das sehr spannend, dass jetzt wieder gefordert wird, wir müssen freie, ja, Meinungsfreiheit haben, dass wir also in Amerika natürlich im Grunde in der Verfassung stehen. Und das wird jetzt, ja, Trump fordert es und Elon Musk sagt auch jetzt, wenn bei Twitter was zensiert werden muss, dann sind das die Kinderschänder, die eben diese schrecklichen Dinge mit Kindern machen. Und ja, man kann natürlich... Du bist schon direkt live, Achtung, entschuldige, wenn ich schon unterbreche. Du bist schon direkt live, gell? Ja, man darf mich gar nicht ans Mikrofon lassen. Ich bin nicht zu bremsen. Aber das ist so... Ja, ich weiß ja auch von dir, du hast ebenfalls eine tiefe spirituelle Seite. Du hast die auch in deinen alten Büchern schon beschrieben, schon vor über 15 Jahren. Wirst aber dann öffentlich oftmals reduziert, immer auf den Querulanten und so weiter. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was du uns berichten wirst. Du bist dann auch die ganzen drei Tage für die Leute nahbar und vor Ort, also quasi in Direktkontakt. Viele Fans wollen dich ja auch mal sehen, erleben, mit dir drei Takte reden. Du bist die drei Tage da, oder? Ja, ich werde Freitag natürlich irgendwie im Laufe des Tages kommen. Also gut, aber ich bin da natürlich gerne dabei und freue mich, wie ich gesagt habe. Ich freue mich wirklich über den Kontakt zu Leuten. Natürlich kann man nicht, man muss sich manchmal auch abgrenzen, weil manchmal wird es auch zu viel. Weißt du, wenn ich jeden, wenn mich jedem, der sagt, Joe, ich würde gerne mal mit dir ein Gespräch führen, wenn ich da mal Ja sagen würde, hätte ich den ganzen Tag eben nur Gespräche. Und die Gespräche drehen sich natürlich immer um ähnliche Dinge. Eigentlich jeder macht sich Sorgen um das, was passiert und was man beobachten kann. Die Matrix im Grunde, in der wir leben, aber im Grunde kann jeder auch selber, ja, nur für sich selber quasi die Matrix verlassen. Das ist also etwas, was ich machen kann. Es kommt keiner, der sagt, ich ziehe einen Neo oder einen Morpheus, der mich jetzt aus der Matrix holt. Morpheus sagt, du lebst in einer Matrix und pass auf, du rückst da immer weiter rein und wenn du es vergisst, dass es eine Matrix ist, dann wirst du ausgesaugt. Das ist ja, dieser Film ist ja eigentlich sehr schön, diese Allegorie. Aber ich muss quasi die Entscheidung treffen, ich will raus aus der Matrix. Neben dir sitzt tatsächlich jemand, der auch davon überzeugt ist, unser Swami Madhava, dass wir in einer Matrix leben. Sei gegrüßt. Guten Abend. Oh, der hat sein Mikro noch nicht an. Jetzt. Hallo. Hallo. Wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend. Schön, euch zu sehen. Du sagst, es ist live. Ich dachte, irgendwie ist es möglicherweise so ein Meeting jetzt für Organisation, irgendwie sowas, aber du sagst, das ist jetzt was für die Öffentlichkeit. Das ist für die Öffentlichkeit und wir zeichnen auch schon bereits auf, alles, was du sagst, wird öffentlich gesendet schon, ja. Kann gegen mich verwendet werden, ja. Tatsächlich. Ich finde ja lustig, dass ihr beide in Orange auch seid, ja. Ja, das ist mehr Rot hier, aber es ist... Ah, okay. Das macht das Licht. Das macht das Licht. Okay. Okay, ja. Ja, wolle man rauslassen, Marc, den Jo, der hat ja gesagt, der hat gleich... Der Joe, wenn du ihn Joe nennst, dann ist er gleich... Ich muss jetzt nicht sofort raus. Ich habe gesagt, ich wollte jetzt nicht nach... Wie du möchtest. Ich bleibe noch gerne dabei, aber ich höre natürlich, also noch kann man ein bisschen hin und her Dialog führen. Genau. Und irgendwann bin ich dann weg. Dann lass uns das tun. Ja, vielleicht das wichtigste Ereignis während des Kongress, außer dass wir natürlich alle dort live und in Farbe und in Bunt sind. Wir haben für den Samstag ein großes Event dann geplant, also das wäre der 25. Februar, nämlich das Feuerritual. Wir wollen es jetzt nicht genau beschreiben, das tun wir dann noch einmal in einem anderen Video, aber ein bisschen können wir es anteasern, denke ich, weil es geht ja tatsächlich dann auch um das Umwandeln von Energien, Zurücklassen von Energien im alten Jahr und dann neu gereinigt, so war zumindest die Idee, neu gereinigt in das Jahr 2023. Ich müsste jetzt nachgucken, wir verlassen ja dann auch das Jahr des Tigers, wenn man nach dem chinesischen Horoskop geht, aber vielleicht kann uns das Wami noch was dazu erzählen. Im chinesischen Horoskop? Nein, nicht zum chinesischen Horoskop, sondern du hast da, glaube ich, eine andere Anbindung. Zu dem Feuerritual? Zum Feuerritual, genau. Was wir da machen, wie wir da was machen, wie es transformiert wird oder was wir da vielleicht so transformieren können. Ja, transformieren kann man alles. Feuerritual ist was total Mächtiges. Das merkt, hat jeder, hat eine Verbindung irgendwie dazu. Jeder hat mal im Lagerfeuer gesessen und sich gewundert, welche Magie da entsteht und was er damit anfangen kann. Ich denke mal, das kommt daher, dass einfach das das originelle Gebet der Menschheit ist, weil dieses Feuer immer diese Verwandlung von der Materie in das Ätherische ist. Und das ist so eine tiefe, erste Erfahrung, dass man sagt, eben war noch was da, jetzt ist es nicht mehr da. So diesen umgekehrten Prozess, wo kommt alles her? Wir haben ja heute so ein Erklärungsmodell. Jeder denkt, man wüsste, wie es ist, aber wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, erkennt man, keiner weiß irgendwie doch was. Und in dem Fall wird halt so eine ganz, ganz tiefe Stelle von uns angerührt, wo wir halt erkennen, es gibt eine Verbindung zwischen dem, was ist und dem, was nicht ist. Und das ist halt auch eine sehr schöne Symbolik für eine Transformation. Und das ist ja jetzt auch das Thema von dem Kongress, der da geplant ist oder den wir da veranstalten. Und das ist etwas, wo ich wirklich erleben kann, wie etwas in mir transformiert wird. Und wenn wir das so ein bisschen mit dem Protokoll machen, dann entsteht da eine Magie. Und diese Magie, die da entsteht, ist einfach, dass wirklich etwas transformiert wird. Und das ist ja nicht nur, wenn ich es richtig verstanden habe, was wir oder ihr da machen wollt, ist ja echt Hands-on. Das ist ja nicht nur, ich sitze da und höre mir das alles an, sondern ich bin Teil des Prozesses. Und es geht nicht nur darum, etwas über Transformation zu hören, sondern es geht darum, Transformation zu erleben. Ja, exakt. Wir werden auch ab, ich denke, spätestens Mitte Januar werden wir auf den Kongress hinarbeiten mit verschiedenen Videos, auch mit den verschiedenen Partnern, dass wir sagen, jeder, der dann teilnehmen möchte, kann sich dann selber Dinge aufschreiben, vornehmen, wie auch immer, die er dann eben in diesem Feuerritual dort lassen kann. Es ist dann seine private, eigene Transformation, während wir das begleiten wollen. Wir geben nichts vor, wir möchten da auch niemanden zu irgendwas zwingen. Wir werden ja auch keine Magie an irgendjemanden veranstalten, sondern es seid ihr, die letztendlich auch entscheiden, was passiert. Ihr könnt natürlich auch nur zuhören und sagen, okay, ich gewiese dort unten drei Tage, ich lasse mich dort nur berieseln oder ich gehe aktiv in einen Prozess, ich bereite mich vor, gehe dann auf dieses Event, lasse dort Dinge zurück und gehe anders, ja, wieder weg, als ich gekommen bin. Das ist zumindest so die Zielsetzung, die wir uns überlebt haben. Ich finde, ich finde, ganz interessant bei diesem Feuerritual, normalerweise sagen wir immer, wir gehen von den Gedanken, von den Energien in die Materie rein, hier in diese Matrix rein, was ich denke, materialisierisch, bei diesem Feuerritual, was Swami sagt, wirst du dann Zeuge des gegenteiligen Effektes. eben war etwas noch körperlich und dann wird es zu Energie. Aber sag uns doch mal, du hast bestimmt auch schon drei Ideen, du darfst ja auch vortragen, was du dann vortragen wolltest. Der Götz kommt, der Götz kommt. Ach ja, was dein Thema dann ist. Jetzt werden wir doch. So. Das ist ja hier wie an Silvester, alle trudeln ein, Naruna. Lustig. Ja, also der eine, was ich dazu noch sagen will, man kann sich nur selber ändern. Ich kann irgendwo Anregungen bekommen, ich kann irgendwas, aber es funktioniert nie, dass mich jemand anders ändert. Also ich muss das selber tun. Darf ich was zu den Zetteln sagen, weil das ist interessant. Ich meine, es fängt ja damit an, erst mal, dass man dadurch, dass man etwas aufschreibt und es ist für mich immer auch ganz wichtig, so eine Bestandsaufnahme, dass ich einfach sage, okay, was ist jetzt und wo bin ich nicht mit zufrieden, was möchte ich anders haben, und das vielleicht mal aufzuschreiben und dass man eigentlich sagen kann, ach, eigentlich guck mal, was ich alles schon erreicht habe oder auch nicht. Und dann gibt es vielleicht Dinge, die will ich loswerden und indem ich sie aufschreibe und dann wirklich sage, ich lasse das jetzt los, übergebe es dem Feuer. Für mich gibt es auf der geistigen Ebene auch immer noch so das violette Feuer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass wirklich Dinge umgewandelt werden und das eben in so einem Prozess zu machen, finde ich als Anregung gut und man kann das alleine machen. Ich mache mit einigen Leuten auch zu den Sonnenwendfeiern manchmal, dass wir einfach auch so Zettel verbrennen in so einem kleinen Feuer und da rumstehen. Das ist, das passiert immer irgendwie was und ist sehr spannend. So, ich freue mich, dass der Götz da, doch da ist. Ich habe gehört, der würde nicht teilnehmen, aber jetzt ist er doch da. Hallo, grüß dich. Oh, grüß euch. Susanne, grüß dich. Grüß dich, Götz. Ihr könnt noch nicht sprechen, man hört euch noch nicht. Euer Mikro ist noch deaktiviert. Schön, euch zu sehen. Vielleicht machen wir gleich erst nochmal eine Vorstellungsrunde, Mark. Euer Mikro könntet ihr noch anmachen, dann könnt ihr reden. Das ist noch, ja. Hallo miteinander. Hallo, grüß dich. Guten Abend, Götz. Guten Abend, Mark und Joe. Schrie, 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 Schrie. Madwa. Wie nenne ich dich? Madwa? Mami reicht eigentlich, oder Madwa ist auch nicht. Okay. Ihr kennt euch alle untereinander schon, oder sollen wir euch ein bisschen... Ne, nur vom Hörensagen. Also von Videos halt, ne? Dich kenne ich. Ja. Und mit dem Götz hatte ich ja jetzt... Ja, wollten wir uns gestern treffen, aber... Ja, da ist was dazwischenkommen, ganz blöd. Und dann, ja. Ja, also, die beiden Männer in Orange. Der eine ist der Jo Konrad, Urgestein der Alternativszene. Einer der ersten, den ich überhaupt auch gelesen... Also mein Bezug zu ihm, den ich überhaupt gelesen habe, von den Leuten, die eine andere Sichtweise auf die Welt hatten. Ja. Hat heute auch einen eigenen Kanal, hat zwischenzeitlich eigenen Rundfunk, Fernsehen gemacht, hat internationale Beziehungen, also Urgestein, ja. Daneben bei mir am Bildschirm jedenfalls, liebe Susanne, der Swami Maddava, bekannt für seine tiefen, geistigen und spirituellen Vorträge, hat ebenfalls einen Kanal, an dem er Satsangs anbietet, die ich eigentlich regelmäßig zum Schlafen höre, die auch immer tiefes, geistiges und spirituelles Wissen haben und ein hervorragender Interview- und Gesprächspartner momentan mit dem Aufbau eines Ashrams beschäftigt und züchtet hinten irgendwelche Gewürze. Also, oder wie man das nennt da, hinter diesen Lampen da, ich weiß nicht, was er da... Ob das Rauchware ist oder so, ja. Marc, nein, 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 ich mach doch mal den Götz, Marc. Ja, darf ich den? Ja, natürlich. Der Götz. Moderator bei Neue Horizonte TV, derjenige, dem ich zu verdanken habe, dass ich überhaupt öffentlich bekannt wurde, der mich in die Sendung eingeladen hat und wir haben, ich glaube, Götz, zehn Truman-Folgen zusammen gedreht. Ich glaube, ja. Ein wahnsinnig guter Moderator, bei dem eigentlich alle von der alternativen Szene auch schon waren. Ich glaube, du kennst sie wirklich alle, ne? Naja, ich habe mal festgestellt, Secret TV war so ein geballtes Joe Conrad. Ja, lange her. Robert Stein war bei dem Nachfolger, nämlich Next World und hat mich damals 2009 in Stuttgart mal interviewt für Next World. Michael Vogt war da, also ich glaube, vier Leute, ne? Also, Secret TV. Ja, Dieter Preuers, da waren also Gäste und so weiter. Gäste sowieso, aber jetzt auch als Moderator. Da warst du, Michael Vogt, Robert Stein. Also, es war spannend. Und tatsächlich, Joe, bin ich ein, wir haben uns wirklich nur einmal gesehen, aber eine schöne Begegnung damals 2011, als ich mein Buch noch, es war noch nicht gedruckt, ich hatte einen Dummy, also nur den Titel, aber es ging um den Schuldkomplex, ne? Das war so, dass Alexander halt gesagt hat, das ist ein Thema, also sozusagen Schuld, mit Schuld wird man deponiert und das ist ein Konzept, ein weltweites Konzept. Und dann habe ich Joe angeschrieben und sage, ich habe ein Buch geschrieben, was zumindest in die Richtung geht, warum das so erfolgreich ist bei uns Menschen, dass wir da angetwitcht werden, weil wir selber so ein Programm installiert haben bei uns in Kindertagen. Viele Programme, ich glaube, das ist viel mehr als ein Programm, ne? Ja, immer so ein Grundprogramm, ja. Und dann bin ich eben nach Wapswede gefahren, ein guter Freund hat mich da hochgefahren. Es war eine schöne Begegnung und seitdem, ja. Ja, ich sehe dich auch ab und zu. Genau, nehmen wir uns gegenseitig wahr und tatsächlich so mancher Gast ist dann beim Joe genauso wie bei mir. Ich freue mich, wenn wir uns da auf dem Kongress dann wirklich auch wieder mal live sehen. Ja, finde ich auch. Die Susanne kennt, entschuldige, wann ich jetzt hier weiterführe. Doch, Joe, du kennst mich, du weißt bloß nicht, dass du mich kennst, weil wir haben vor zwei, drei Jahren haben wir mal ein, zwei Stunden telefoniert. Ach so. Oder ist noch länger her. Da hast du noch mit dem Vagand abgezwickt. Okay. Und dann warst du so durchgegangen und dann habe ich dir doch angeboten, dass ich dir ein bisschen helfe. Und dann hast du tatsächlich angerufen und dann haben wir geplaudert. Aber vom Gesicht her kennst du mich halt nicht. Das ist natürlich das Problem, ja, dass ich nicht weiß, wie du... Aber das freut mich. Okay, dann kennen wir uns auch. Und dann werden wir uns ja auch im Kongress auch nochmal richtig physisch kennen. Und das ist was, wo ich mich eben sehr drauf freue, weil das hat ja eine Zeit lang jetzt wirklich gefehlt, diese ganze Pandemie. Und dann nur noch Online-Kongresse und jetzt wieder, ne, hört's? Ich freu mich wirklich, dass wir... 2008 ist der letzte Kongress, also Bliebkongress, an dem ich live als Referent teilgenommen habe, 2008. Ansonsten nur online jetzt, ne. Wunderbar. Und Susanne ist... Sag mir, wenn ich etwas Falsches sage, Susanne, ich möchte dich kurz vorstellen. Kommunikations-Trainerin, Helferin, Unternehmenscoach, wird gerufen, wenn es brennt. Ist spezialisiert auf Konflikte. Dabei insbesondere auch nochmal auf Narzissmus. Und... Ja, kannst du ruhig laut sagen. Psychopathen, Soziopathen, Hochnarzissmus. Also die ganze Linie. Also in Firmen hauptsächlich. Aber jetzt durch Corona-bedingt habe ich fast nur... Also ich mache viel Zoom- oder Skype-Coachings. Wer durch Europa. Also es kommen Privatleute, aber viele Multiplikatoren. Also ich habe mit Ärzten, mit Schuldirektoren mit... Also die ermöglichen mir halt den Einblick, wisst ihr, in die Hintergründe. Ich kriege ganz viel mit von den... Hinter den Kulissen was abgeht. Und da ist halt momentan das überall Feuerstelle, weil die Teams und alles ist das Platz gerade. Also das dauert nichts mehr lang, dass das explodiert. Das ist spannend. Kannst du uns schon direkt erzählen, was du an Vortragen möchtest beim Kongress? Naja, also ich meine, ich habe jetzt erst mal so eine Legende. Frank, du bist immer so schnell. Ich muss ja das vor Ort, ich muss ja den Puls ein bisschen fühlen, was dann... Aber ich will so ein bisschen erläutern, warum diese dunklen Betriebsamkeiten oft letztlich dann was Gutes hinten ausspocken. Deswegen habe ich das genannt, was ihr aber gelesen habt. Der Flug des Phönix, ja. Wo ich allerdings ein bisschen... Also ich gehe in den Alltag, in die Realität. Ich will den Menschen ein bisschen zeigen, was ist de facto, was ist misslich, was ist schlimm, was ist grausam, aber wie kann man das Positive da draußen sehen? Ja, schön. Genau, ja. Toll. Also das ist auch das, was ich in meinen vielen Videos den Leuten immer anbiete. Sonntags mache ich immer so Live-Videos, wo ich immer den Fokus letztlich drauf richte, was ist die Essenz, was können wir daraus lernen, wie können wir es umsetzen im Alltag, dass uns jetzt nicht die Knie wackeln. Ja, sehr schön. Ja. Es geht bei mir auch viel darum, wirklich sich bewusst zu machen, was hier läuft und dann zu sehen, was kann ich, ich kann ja nicht die Dinge ändern, ich kann nicht Trump oder Putin oder den Krieg einzeln stoppen, aber das Einzige, was ich ändern kann, bin ich selber und wie gehe ich damit um und auch sich dann selber zu beobachten, wie ich emotional jetzt vielleicht in was reingezogen werde und gar nicht merke, wie ich manipuliert werde, auch wie Gott es schon gesagt hat, Schuldgefühle, Angstgefühle, ich bin jetzt schuld am Klimawandel und was weiß ich alles, was uns alles belastet, sich das bewusst zu machen, dass ich das ja gar nicht verantworte, das Klima und all diese Dinge und die deutsche Vergangenheit, da habe ich noch gar nicht gelebt. Man versucht uns aber darüber zu manipulieren, sich das bewusst zu machen und dann kann man es transformieren. Da sind wir wie beim Thema Kongress, von daher finde ich das Kongress-Thema Transformation eigentlich schön, weil im Grunde im Moment wirklich alles transformiert wird, dadurch, dass es erkannt wird, dass es ans Licht kommt und wir uns bewusst werden, was läuft und dann kann es sich ändern. Das finde ich spannend, ja. Sehr schön, sehr schön. Götz, willst du uns von deinem Vortrag erzählen? Ja, ich habe jetzt sieben Jahre verschiedenste, auch esoterische Konzepte vorgestellt, den Raum gegeben und ich merke, ich will zurück zur Einfachheit. Ja. Einfachheit und wirklich in das Vertrauen, von dem mein Bruder Jesus gesprochen hat, als er sagte, wer mir vertraut, wird die gleichen Dinge tun, die ich tue und er wird größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Also ich habe Jesus für mich nie auf den Sockel gestellt und das Kreuz und diese ganze Schuldscheiße, weiß ich ja, also die Sünden, der Sündenbock, das ist was Jüdisches. Ja, und das hat Paulus da reingebracht, das hat mit Jesus nichts, aber auch gar nichts zu tun gehabt. Der Sündenbock, zwei Böcke, die da ausgewählt wurden am Jom Kippur, am Tag der Versöhnung und der eine wurde geschlachtet und mit dem Blut wurde das Allerhelligste, also wurde der Oberpfleger, Priester reinkam, gesäubert und dem anderen wurden die Sünden Israels auf die Schultern gelegt und dann wurde er in einen Abgrund gejagt, fertig aus. Diese Vorstellung hat Paulus auf Jesus übertragen, aber es hatte mit Jesus nichts zu tun, mit seiner Botschaft, dass er sagt, er wollte uns genauso erinnern, wer wir sind, dass wir Geiste gewesen sind, dass wir unglaublich über Heilungskräfte verfügen und vor allen Dingen, dass wir liebesfähig sind. Und das hat man uns ausgetrieben, in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten, Jahrtausende, hat man uns Glauben gemacht, wir seien stumpfe Tiere, stumpfe Tiere, ja, Tiere haben sogar noch Empathie, aber, also empathielose Wesen und, 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 nur zum Fressenficken und so weiter, gut. Und das hat ja extrem zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Also worüber ich sprechen will, ist, was mir der Abschied aus dem materialistischen Weltbild in ein spirituelles Weltbild im Alltag, im Alltag für Reichtümer gebracht hat. Genau, du wolltest über Spiritualität im Alltag dann. Im Alltag, ja, im Alltag. Was, was hat das für Konsequenzen, wenn ich ein, ist das eines materialistischen, auf Trennung aufgebaute Weltbild habe oder ein spirituelles auf Verbindung. Ja, also, im Prinzip gab es irgendwie so eine Handreichung an das Schul-, vom Schuldministerium in Bayern. Wie erkennt man Verschwörungstheoretiker? Also an die Lehrer, man sollte dann den Kindern das an die Hand geben. Also was, ein amerikanischer Psychologe sagt, alles, also an oberster Stelle, Verschwörungstheoretiker, glauben, dass alles miteinander verbunden sei. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, das ist das, was Verschwörungstheoretikern allen gemein ist. Also, die Quantenphysiker sind per se, per Definitionen, sind Verschwörungstheoretiker. Wir sagten so, und was bedeutet das, wenn ich darauf vertraue, dass alles mit allem verbunden ist? Und vor allen Dingen, ja, dass die Trennung eine Illusion ist, die man uns, oder die wir haben uns einpflanzen lassen. Und dann fühlt sich das Leben genau so an, wenn ich daran glaube, ja, dass wir getrennt sind. Aber wenn ich, ja, ich habe einen Professor Spitzer da gehabt, Psychiater, tolle Bücher hat der Mann geschrieben. Aber über Bewusstsein sprechen wir aber nicht, da gibt es keine validen Studien. und dann brachte ich ihn nach dem Gespräch raus. Wie gesagt, ich schätze ihn sehr und das Buch Lernen habe ich also aufgefressen sozusagen. Bin ich rausgegangen, habe ihm von meinen Erfahrungen mit Telepathie erzählt. Und also, dass ich auch für Sheldrake viele, viele Experimente gemacht habe und dass ich, ja, das tagtäglich erlebe. Und er sagt, nee, nee, also an Telepathie glaube ich nicht. Und da habe ich gesagt, Herr Spitzer, das war jetzt nicht wissenschaftlich, diese Aussage, ja, aber daran sieht man, dass tatsächlich die neue, sag ich mal, die neue Kirche ist die Wissenschaft. Ja, es ist ein Glaube. Genau. Ja, es ist ein Glaube, es hat nichts, hat nichts wirklich, ja. Du bringst da eine Gitarre mit, Götz, gell? Okay, ich bring meine Gitarre mit. Und ich bin, ich arbeite da dran, dass ich, dass ich, das sind jetzt zwei Monate, dass ich wirklich dann auch wieder bei Kräften, so, also so bei Kräften bin, dass ich so ein Wochenende wuppe, weil tatsächlich dieses Jahr war für mich ein Jahr der Transformation. Ja, mit Oberschenkel, Bruch, am Tiefpunkt der Kräfte, mit Ohnmachtsanfällen, Missempfindungen in den Dings, in den Füßen bis hin hoch und seit einem Jahr Diaryl durchfallen. Also zahlreiche körperliche Symptome, die mich wirklich fast zur Strecke gebracht hätten und dann konnte ich wieder sagen, ich habe Lust aufs Leben. Super. Ja, Lust aufs Leben und jetzt geht es einfach darum, wirklich die Muskeln wieder aufzubauen und ja, und aus der Atemnot rauszukommen und so. Ja, da bin ich. Ich danke euch viel. Danke, danke. Wow. Ja, also ich möchte über die Verbundenheit sprechen und was das für meinen Alltag immer wieder neu an Reichtum gebracht hat. Ja. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich sehr drauf. Swami. Wir hatten uns ja sehr früh darüber unterhalten, Bevor der wieder in der Planung des Kongresses und da sagst du, es geht so um Neugeburt, um Erneuerung und so. Und dann dachte ich, super, ich mache einen Vortrag über Wiedergeburt, weil es immer ganz interessant und ist auch ein total wichtiges Thema, weil das alles in eine andere Perspektive stellt, wenn einem das so klar wird, dass es da so eine Wiedergeburt gibt und habe mich dann so ein bisschen angefangen damit zu beschäftigen und bin dann aber eigentlich darauf gekommen, dass es darum geht, den Prozess der Transformation zu verstehen, weil wir sagen immer, die Zukunft, wir erschaffen die Zukunft, die ist nicht, die begegnet uns nicht, sondern wir erschaffen sie durch die Art, wie wir denken, nicht was wir denken, sondern wie unser Denken verwoben ist, wie es verstrickt ist und dann habe ich mir das so ein bisschen tiefer angeschaut und festgestellt, dass da doch ein paar überraschende Erkenntnisse hintendran stehen und das hat so ein bisschen den Fokus geändert, also ich denke, ich werde darüber sprechen, wie denn Transformation aussieht, dass sie tatsächlich funktioniert, weil wir haben immer wieder dieses, wir wollen was ändern, aber wir ändern es dann doch nicht, warum gelingt es uns nicht, also und wie funktioniert es, dass ich wirklich anders denke, dass es einen anderen Bezug hat, dass ich erkenne, wie endlos machtvoll ich bin und wie subjektiv die Realität ist, wir sagen immer, die Welt ist mystisch, ja, wenn wir uns anschauen, erkennen wir, dass die Welt mystisch ist, aber wie in der mystischen Welt ist jede Handlung eine magische Handlung, also jede Handlung von mir und von jedem erschafft seine subjektive Welt durch seine subjektiven Handlungen, die seine Welt definieren und wie stelle ich das nun jetzt an, dass ich wirklich das erreiche, was ich erreichen will, also wie kommt es, dass das hinten rauskommt, was ich wirklich dann auch haben möchte, was da rauskommt und da ist, denke ich, oder habe ich so einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, Mensch, ich muss einfach den Prozess der Transformation besser verstehen, damit ich weiß, wo denn wirklich die Stellschrauben sind, damit es wirklich funktioniert und ja, da denke ich, das wird ein ganz neuer Vortrag und der geht dann um den, um die Transformation selber, um das zu verstehen, wie ich denn eine Transformation, wie eine Transformation gelingt. Sonst kann ich total zustimmen, hat mir total gut gefallen, wie du das gesagt hast. Ich freue mich, ich freue mich schon auf unser Abschluss, auf unser Abschlussgespräch, weil durch diesen Prozess, den ich gerade durchgehe und ein Gespräch, das wir aufgezeichnet haben, mit einem Booker-Time-Fachmann sozusagen, Booker-Time ist vielleicht ein Begriff als Physiker, deutscher Physiker ohne Hände sozusagen, und zwar die Intellichie, also ich, es gibt im Intellichie, also die Zielgerichtetheit von Prozessen, ja, und ich habe mich ja seit Mitte der 80er mit den morphischen Feldern beschäftigt, die ja Attraktoren, als Attraktoren gelten, die ziehen bestimmte Prozesse in eine Richtung, und in der Krankenphysik gibt es eben diese Vorstellung, die Ursache ist in der Zukunft. Im Bliebkongress 2007 sagte der Regisseur, vielleicht ist dieser Kongress der Grund, warum wir den Film gedreht haben, ja, also damit wir hier zusammenkommen, also ich will sagen, auch da, dass wir noch mal auch das für möglich halten, dass es nicht wir sind, die in dieser absoluten gottgleichen Weise unser Leben gestalten, sondern dass es da eine Kraft gibt, die uns zieht, die uns in eine bestimmte Richtung zieht und diese Richtung, sage ich, zu mehr Liebe und Verbundenheit. Aber, also, dass wir darüber auch tatsächlich in einer Abschlussgesprächsrunde mal so noch mal die Perspektiven neu aufmischen. Man merkt jetzt schon in der Runde, hier ist unheimlich viel Tiefe und genau, das wird die Podiumsdiskussion sein, wo wir auch über so etwas reden und man merkt es jetzt in der Runde schon, da ist Gehalt da, das Freude Charles ist leider jetzt heute nicht dabei. Charles hat heute leider keine Zeit, den nehmen wir extra auf, leider. Oder wir machen in vier Wochen noch mal eine kleine Runde, je nachdem, wie es passt, wie es bei euch auch reinpasst, wie bei euch auch Spaß dabei ist. Ich bin gerade dabei, sein Buch zu lesen, sein kleines Buch. Die Überlegung ist ja dann, dass wir tatsächlich gemeinsam, also je nachdem, wie die Konstellation hinpassen, dass wir ja noch ein, zwei Videos miteinander dann machen vor dem Kongress, eben als Vorbereitung, so zumindest von der Planung, wie ihr Zeit habt, wie Weihnachten vorbeigeht, ob wir den Strom haben, die nächsten sechs, acht Wochen oder welche Grausamkeiten und sonst noch präsentiert werden, wobei langsam ist das alles lächerlich. Ja, ich weiß nicht, habt ihr noch was? Vielleicht sonst noch ein paar allgemeine Hinweise zum Kongress. Wir haben ja unsere Landingpage, die institut-kraft.org, wo wir dann alle, die Interesse haben, können sich darüber informieren, dann auch buchen. Wichtig ist nochmal, die Buchung läuft tatsächlich dann über den Webshop vom Ashram, das heißt, dort kann man dann die Teilnahme buchen für die drei Tage, inklusive Vollverpflegung im Ashram, aber ohne Übernachtung. Die Übernachtung müsst ihr dann nochmal extra buchen, ich glaube, das Ashram ist jetzt relativ gut schon belegt während der Zeit. Wir haben Links auf der Seite beziehungsweise Informationen, wo ihr dann in der Umgebung noch was finden könnt an Möglichkeiten zum Übernachten. Wir werden dann auch nochmal spätestens nach Weihnachten Möglichkeiten zwecks Fahrgemeinschaften und andere Dinge über Telegram anbieten und wenn Fragen oder irgendwelche anderen Dinge sind, haben wir eine E-Mail-Adresse, die Silke, die ist heute nicht mit dabei, die macht das im Hintergrund unser Büro und schaut dann, dass sie jedem auch irgendwo helfen kann, es geht. Ich warne schon mal vor, ich hätte gern noch nachher von jedem wenigstens einen, zwei Abschlusssätze. Ja, was ihr euch vorstellt, auch was ihr euch freut, was euer Hauptthema ist, was euer Anliegen ist, da setze ich euch jetzt mal ein bisschen ins kalte Wasser schon rein. Ich muss mal kurz unterbrechen, mein Darm ruft. Ich bin gleich wieder da. Okay, schalt das Mikro aus. Funkmikro und dann drauf und das läuft. Da ist ein Wort. Wer traut sich? Swami, willst du was sagen? Ich habe ins Hotel reingeschaut, also die so zimmermäßig sind wir voll, aber wir haben ja einen großen Hostel Bereich, das heißt, wenn man einzelne Betten, entweder im Komfort Betten, das sind drei Leute in einem Zimmer, in einem schönen 30 Quadratmeter Zimmer, also es ist komfortabel schon, da kann man noch Einzel bekommen oder auch die Budget Betten, da ist auch noch was frei und wenn man halt mit mehreren Leuten kommt, kann man auch immer noch mal an der Rezeption anrufen und sagen, ich bin mit drei Leuten, wir wollen zusammen noch ein Komfortzimmer oder sowas, also es sind noch Sachen machbar aktuell, aber wenn ich jetzt ein Doppelzimmer oder Einzimmer buchen will, dann ist das schon ausgebucht. Okay, ja viele Leute haben ja immer schon ihre Konzepte, Lösungen, reisen mit dem Wohnmobil an, gehen auf einen Campingplatz, suchen sich eine Fernwohnung in der Umgegend, ist ja auch noch eine ganze Menge da. Ja, danke für die Info, super, super. Ja, und dann, wenn ich auch noch was sagen kann, also ich freue mich total, auch den Joe mal persönlich kennenzulernen, wie du gesagt hast, Joe kommt, das war für mich, weil das war auch so ein Held meiner Jugendtage, will ich mal sagen, auch so, da war so eine Triologie von Büchern, du kanntest die auch, die hatte ich gelesen. Na klar, ich verschlung habe die. Das war für mich da mal so, ja darf man das schreiben? Das waren so Offenbarungen gewesen für mich, also das war so, meine Hand, das war immer, ich habe es immer so ein bisschen an der Seite verfolgt gehabt und das war sehr beeindruckend für mich gewesen, weil du hast gesagt, ja und da kommt der Joe, ist das okay bei euch und so und da dachte ich, Mensch, wow, wie cool, das wird ja, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg zum Propheten oder wie war das? Also wirklich schön, freue ich mich. Als Erklärung, wenn tatsächlich, also wenn jemand mit deiner Größe irgendwo auftaucht bei Kongressen, du hast es selbst gesagt, die werden schnell abgesagt, wir haben es im letzten Jahr auch erlebt, dass uns ein Kongress unter dem Arsch weggezogen wurde auf Deutsch, da musste ich im Vorfeld abklären, dass der Betreiber, dass derjenige, der der Veranstalter vor Ort ist, dass der damit einverstanden ist, ne, klar. Ja, man versucht es natürlich immer irgendwie auch über, in eine Ecke stellen und dann Angst machen, wenn man den jetzt reden lässt, der ist doch, ne, der ist doch ein ganz Böser, dann gibt es keine Zukunft für ihr Etablissement, ne, also die Sachen haben wir ja alle erlebt, aber ja, ich freue mich, wenn ich darauf antworten darf, Swami, ich weiß jetzt nicht, was die richtige Antwort ist, aber es ist natürlich eine Ehre, ich habe mich gar nicht so gesehen, ich halte mich immer noch für einen ganz normalen Menschen und denke eigentlich, alle Menschen müssten so sein, auf der Suche nach der Wahrheit und vielleicht sind das meine letzten beiden Sätze noch, ich freue mich auf den Kongress, weil ich sehe, da viele Menschen, bewusste Menschen treffen werde, die in einem Prozess der Transformation sind, was wir ja alle sind, aber die bewusst eben diese Transformation auch gestalten wollen und das finde ich sehr spannend, solche Menschen zu treffen, weil das können noch mehr werden. Ja, ich meine, wir sind ein spirituelles Zentrum, das manifestiert sich schon in vielen Sachen, wie zum Beispiel, dass kein Alkohol ist, striktes Alkohol, wir sind prinzipiell vegetarisch, das wird halt Fleischkonsum nicht toleriert aus allen möglichen Kunden, könnte man einen eigenen Vortrag drüber halten oder auch gerade mit Rauchen im Hotelbetrieb, das ist also, wenn jemand rauchen will, besser, wenn er dann nicht kommt, das gibt hier mit den Leuten, die hier vor Ort sind, Stress, weil wir haben natürlich auch einen Klosterbetrieb, der da irgendwie ganz normal auch mitläuft, aber ansonsten war so unsere Erfahrung immer, dass wir sind ja auch oft von Ausgrenzungen betroffen und haben immer wieder erleben, wie so Falsches berichtet wird oder tendenziell berichtet wird und immer nur gesucht wird, dann im kleinsten Sachen wird sich aufgehängt und dann da eine Geschichte draus konstruiert und dann kann man schon sehen, wie das ist, wenn jemand oder wie wichtig es ist, dass man ein offen ist und solange die legalen Grenzen eingehalten werden und da die müssen eingehalten werden und Frank, da bist du ja immer ganz vorne dabei, aufpassen, dass da jetzt nicht irgendwelche Sachen gesprochen werden, die einfach hier nicht im Rahmen passen, nicht erlaubt sind, aber dann muss man die Restfreiheit, die man dann hat, muss man dann einfach auch in einer Art und Weise verteidigen und für uns ist es so, wir stecken unsere Nase nicht rein in denjenigen, der da eine Veranstaltung macht und jetzt kennen wir uns ja auch schon recht lange und wenn du dann sagst, also ich finde es jetzt gut, wenn du da auch mal irgendwas beiträgst, dann ist es immer so, dass ich natürlich schon so eine spirituelle Rolle habe und den Vortrag, den ich mache, das verstecken wir ja nicht, der wird immer eine starke spirituelle Qualität haben, ich kann nicht kommen und dann irgendwelche Verschwörungstheorien verbreiten, also das ist auch so nicht der Stil von Bhakti Marga oder der Stil von mir, aber man sieht, wie sehr so Themen zusammenkommen und wir hatten so über diesen Taunus-Club, wo sehr viele Selbstständige kommen, wo Leute, die was im Leben erreicht haben, kommen und dann haben wir gesehen, da gibt es so eine Offenheit für spirituelle Themen, weil in dem Moment, wo jemand angefangen hat zu verstehen, geistig flexibel ist, auf der Suche ist, auf Versuch zu verstehen, worum es denn wirklich geht, wo komme ich her, wo gehe ich hin, warum ist das hier alles so und in dem Moment hat jemand auch eine ganz andere Idee, das sind automatisch jemand, der ein Macher ist, der macht auch was mit sich, der fängt auch an, selber Verantwortung zu übernehmen und ich glaube, das ist so ein Schlüsselelement, wenn jemand angefangen hat, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, dann fängt es auch an, dass automatisch man viel offener ist und viel genauer zuhört und nicht alles so pauschalisiert, da darf ich nicht hören, das kann nicht sein, sondern dass man hinterfragt, wie Götz gesagt hat, jeder, der denkt, alles ist mit allem verbunden, ist ein Verschwörungstheoretiker, ja meine Güte, dann schaue ich mir die Welt an und die Welt sagt, ich bin verrückt und dann sage ich das nämlich jetzt mal als Kompliment, also das muss man ja auch irgendwie sehen, ich meine, wir kommen ja alle von, mit irgendeinem Hintergrund von irgendwo her und sind dann im Endeffekt auch gestandene Menschenbilder, die dann auch was zu sagen haben, das kommt ja irgendwo auch aus Erfahrungen, aus dem Erleben, das man hatte, zum Beispiel gute Bücher gelesen, also das war, Also wenn ich da vielleicht mal reinklinken darf, Swami, weil das ist wichtig, was du ja da gerade sagst, also für mich ist es eine große Ehre, auch euch kennenlernen zu dürfen, weil ich habe euch ja eigentlich jahrelang schon, also die meisten von euch verfolgt, aber ich wäre in tausend Jahren nicht auf die Idee gekommen, an euch ranzudrehen, auf den Götz, das war irgendwie so Fügung, Götz, das war jetzt nicht, weil ich einen Frank gekannt habe, weil ich habe den Frank erst vor ein paar Tagen kennengelernt oder jetzt sind es schon ein bisschen, ich glaube zwei, drei Wochen und Götz, ich bin ja auf dich schon länger mal aufmerksam geworden, aber jetzt, dass das so zusammenfließt, das ist für mich kein Zufall, ich glaube an diese, also an diese Fügungen und was uns verbindet, Götz, ist auch, dass ich auch an diese, also an diese höhere geistliche Kraft auch glaube, also für mich ist mein Komplementär oder mein Gegenüber, mit dem ich spreche, diese Jesusfigur, also das Gebet ist für mich eine ganz wichtige Instanz, wo ich auch meine Videos, meine Arbeit überall auch raus, rausziehe aus dieser Begegnung, ja, und dass ich da so zufällig jetzt reingestolpert bin durch einen Anlass, der erst mal unschön war, ich möchte das jetzt gar nicht detaillierter schildern, also wir sind übereinander gefallen, der Frank und ich durch einen unschönen Anlass und dass sich das jetzt in was reingebt, was eigentlich meines Erachtens sehr groß ist, ist für mich ein kleines Wunder, weil ich glaube, das, was wir da anstreben, ob es uns gelingt, das sehen wir ja dann vor Ort, ja, also unsere Ideen, ob wir die umsetzen, aber das hat für mich so eine Art Brückencharakter, ja, also wir kommen aus dem Maulwurfloch und gehen eigentlich in was Neues rein, so wie, weißt du, wie eine Knuspe, die da jetzt plötzlich sich durchs Erdreich schiebt, ja, und in die Zukunft guckt, in das, was positiv ist, was vielleicht den Menschen, also wenn es uns gelingt, den Menschen Mut gibt, Zuversicht und sagen, boah, da ist ja Kraft da, die geht ins Neue ja schon rein, ja, also nicht so, wie man es bisher die letzten zwei, drei Jahre sehr stark gesehen hat, dass man alles ausgeleuchtet hat, das hat ja auch seine wichtige Aufgabe, den Status quo beleuchten oder wo kommt was jetzt her, aber was jetzt passiert, ist diese Bewegung nach oben und ja, wie gesagt, ich kann mich wiederholen, es ist mir eine Ehre, dass ich Anteil nehmen darf, mit euch diesen Prozess mitzugestalten. Wir freuen uns sehr auf dich, gerade was jetzt auch so ein bisschen schon wieder aufblitzt bei dir, ist dieses bildhafte Denken, wenn du loslegst, ne, diese vielen Bilder, die kommen, klar, du dichtest ja auch, das hatte ich vorhin vergessen, du machst ja auch noch wunderschöne Gedichte, die du dann auch noch, hast du noch eins, zwei Sätze, die du loswerden möchtest, also so Markersätze oder war es das? Ich glaube, da ist es drin, also ich, ich habe dieses Gottvertrauen oder ihr könnt, ich weiß nicht, was eure Bezugsgröße ist, ja, dieses Gottvertrauen, dass uns da was Großes gelingen wird und ich bin froh, dass ich den Weg mit euch gehe, weil Frank, du hast es ja mitgekriegt, mich hat man ziemlich fertig gemacht im Netz, also das war nicht mehr knusprig, was da alles passiert ist, ich habe böseste Mails gekriegt, böseste Angriffe, wie ich jetzt da das Lager wechseln kann und dass ich jetzt, ja, ich gehöre jetzt, also mich kann man jetzt eintüten, so auf die Art und dann habe ich ja auch, du hast mir ja auch angeboten, Susanne, du kannst auch aussteigen, wenn dir das too much ist, aber ich habe gesagt, na, jetzt können sie meinen Schuhen aufblasen, jetzt erst recht, ja, da bin ich so eher der Typ, wo sie genau das Gegenteil erreichen, ne, ja, und ich, das hat mir wahnsinnig leid getan, als du das veröffentlicht hast und dann kam dieser Shitstorm, weißt du, in der eigenen Community oder durch, ja, aber da waren viele, Frank, das war nicht, meine Community ist eine super Truppe, da waren ganz viele Eingeschleuste, also ich habe an einem Tag mindestens 37 Leute auf Telegram blockiert und ich habe ja echt eine Mini-Gruppe, die ist ja geschlossen, das ist ja gar keine öffentliche Gruppe, zumindest auf Telegram, wo ich größer bin, ist ja YouTube und Facebook und den ganzen Kram, Ich denke, man merkt es wunderschön hier in dieser Runde schon einfach, was an Spiritualität und Tiefe und Miteinander da ist, das ist, ja, also von daher, es gibt immer Dinge da, aber man kann ja die Energie Ich bin gespannt auf euch auch, ganz ehrlich, ich habe zwar, wenn ich ehrlich bin, ich habe bei euch überall schon mal reingelinzt, weil ich wollte ja schon ein bisschen sehen, wer ihr da alle seid, aber, also ich glaube, das wird spannend, also wenn wir uns sicherlich da austauschen werden, jeder von seiner Ecke, ich komme halt mehr aus der Psycho-Ecke, ja, also spirituell, ich habe ursprünglich unter anderem auch Theologie studiert, habe dann allerdings früh gemerkt, als Gymnasiallehrer, dass das nicht mein Job sein wird in dem System und bin jetzt nach fast 25 Jahren Askese, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Atheist war, aber bin ich jetzt wieder zurückgekehrt und jetzt auch durch das Jahr, Götz, ich bin ja auch schwer krank, ich glaube, dir habe ich es, glaube ich, sogar gesagt, zumindest ist es angedeutet, ja, ja, und durch das Jahr bin ich da ganz schön hart durchgegangen und ich glaube, ich kriege die Kurve, weil ich alternative Wege gehe, also ich bin nicht in die OP, ich bin nicht in Bestrahlung, Chemo oder sonst irgend so ein Scheiß und ich glaube, ich packe es. Ja, also mein Hausarzt hat mir auch so eine Verdachtsdiagnose dahingestellt und mit einem Knochenkrebs und ich glaube da nicht dran, es gibt da keine Energie in dieses Feld, sondern glaube an die Transformation, die bisher schon so viel Demut in mir freigesetzt hat, in diesem Jahr, wie nie zuvor in meinem Leben, wie nie zuvor Demut und auch Reue, wie oft ich vorschnell Menschen dann doch in eine bestimmte Schublade gepackt habe, auch wenn ich das im Munde geführt habe, wir wollen tolerant, sonst was sein und trotzdem ist es geschehen, gerade bei Krebsgeschehen oder sonst was, schnell dabei, ah, das ist ja nach der neuen Medizin das und das, musst du einfach nur diesen Konflikt lösen und schütteln. Nein, es gibt so, ich habe kein Recht, ich habe kein Recht, in eines Menschen oder überhaupt ein Urteil über einen Menschen zu fällen und die Hintergründe von Symptomen, oh nein, oh nein, ganz, ganz viel Demut, ganz viel Demut und Ja, das ist wichtig, was du sagst, Götz, diese Demut, das ist, also für mich ist, wenn was Schlimmes passiert, jeder hat ja von euch sicherlich Schicksalsschläche schon erfahren, sei es jetzt Krankheit oder irgendwas anderes, es ist ja auch ein Prozess, ich nenne das in meinen Videos immer, das ist wie eine Mühle, wie nennt man das bei dem Wein, eine Kelder, wo du da durchgewirbelt wirst und da wird alles weggeschält, was nicht zu dir gehört, also was übrig bleibt, ist die reinste Essenz von dir und das ist zwar bitter und ich sage immer, das ist kein Ponyhof, sich da durchzuarbeiten durch diese Mühle, aber durch diese Demut, das Loslassen von all dem, was hybris ist oder was nicht wichtig ist, kommst du genau zu dem Kern, der dann ins Gedeihen kommt. Ja, ich denke auch, wir sind eigentlich, haben wir da erlebt, auch in der Zeit jetzt, in den letzten Jahren über die Pandemie, wie im Äußeren eben ein Gesundheitswesen uns irgendwas verkauft, nämlich über Angst und wo Geld verdient wird und eigentlich sind wir auf uns zurückgeworfen und Gott, du hast die neue Medizin erwähnt und für mich eben auch Grundlage dafür zu verstehen, großen Dank an Dr. Hamer, dass ich wirklich die Angst vor Krebs und Krankheiten verloren habe, weil ich einfach verstehe, dass wenn ich krank bin, da gibt es eine Ursache dafür in mir, ob das jetzt Ernährung oder Gedanken oder ein Konflikt oder irgendwas nicht Gelöstes ist, das kann man dann gucken, aber ich habe das Vertrauen, dass wenn ich krank bin, dann gucke ich erst mal, was soll ich jetzt ändern. Und Joe, und weißt du, ich habe erlebt, das, was der Karl Friedrich, nee, Fritz Albert Popp auf einem Kongress, an dem ich teilgenommen hatte, 2005 gesagt hat, für ihn ist Krebs die einzige von der Gesellschaft anerkannte Form des Selbstmordes und es hat niemand im Saal, niemand widersprochen und es waren, die Hälfte waren Betroffene, einschließlich meiner Frau und auch davor, Respekt zu haben, dass ein Mensch sich so entscheidet und ihn sozusagen nicht in einen, erneut in einen Konflikt, dass ich das akzeptiere, dass dieser Mensch diesen Weg gewählt hat, ja, seine Inkarnation zu beenden. Ja, und dass ich kein Recht habe, dass ich kein Recht habe, ihm sozusagen erneut versagen, weil er sich nicht seine Themen anguckt oder die Konflikte oder so, dass ich das respektiere, natürlich ist es, wenn ich so eine Verdachtsdiagnose, frage ich mich und ich war tatsächlich, ich war zwischenzeitlich des Lebens müde. Ja, und konnte mich dann in der Reha sagen hören, ich habe wieder Lust auf das Leben. Spannend. Und das ist jetzt, ja. Aber so dieses Gefühl, dieses manchmal das Lebens überdrüssig, das kenne ich auch. Also es gibt immer wieder Phasen, also nicht so extrem, aber auch, wo ich denke, was mache ich hier eigentlich, was bringt das? Also es geht ja immer alles so weiter, den Mund fussel ich, aber ich habe trotzdem immer wieder auch das Vertrauen daran, dass tatsächlich etwas stattfindet, eine Transformation, auch wenn sie viel zu langsam ist. Und man manchmal denkt, was soll das, kann das nicht ein bisschen schneller und so und ich dann mit Gott auch hadere manchmal, aber im Moment habe ich wirklich das Gefühl, nein, es geht wirklich, es geht aufwärts und es geht in eine gute Richtung, weil die dunklen Dinge kommen, wie gesagt, ans Licht und können dann transformiert werden, wie durch die Flamme des Lichtes, wie Dracula, wenn die Sonne kommt, dann fällt er in sich zusammen. Und das sind da alles Bilder, die uns auch gegeben wurden, wo wir eigentlich sehen können, das Licht ist stärker als die Dunkelheit und das da drin zu vertrauen, das gibt mir auch immer wieder Mut und auch wenn man verzweifelt ist, ja, es ist immer eine eigene Entscheidung, will ich leben oder will ich das Leben respektieren, aber es ist immer, geht manchmal sehr, sehr tief, wie ich jetzt erst bei euch beiden gesehen habe, wie tief das wirklich an die existenziellen Fragen geht, dafür Respekt, da auch drüber zu reden, weil davon kann man lernen und ich will ja auch immer in meinen Sendungen auch, dass die Leute lernen können, nicht etwas nachmachen, sondern sehen können, auch der Joe hat sich entwickelt über die Jahre und ist heute ein anderer als vor 10 oder 20 Jahren und hat sich wirklich an der Persönlichkeit verändert, auch eine Stärke entwickelt und jeder könnte das und in der Zeit der Pandemie haben wir eben gesehen, was die Leute alles mit sich machen lassen, weil sie eben sich klein fühlen und schwach fühlen und nicht trauen, für sich einzustehen und das ist das Verwandte. Und umgekehrt, in diesen zweieinhalb Jahren haben sich Menschen gefunden, die vorher dachten, sie wären ganz allein. Ja. Und ich habe am Anfang schon gesagt, wir werden eines Tages sagen, Corona sei Dank, ja, dass die, die als Beispiel jetzt am Anfang eben sich haben nicht impfen lassen oder impfen, also stechen lassen, ganz schön was aushalten mussten, am Anfang dachten, sie wären ganz allein und dann feststellen durften, nix da. Ich bin überhaupt nicht allein und es sind so viele. Ja, und wir haben in dieser Zeit wunderbare Menschen kennengelernt. Ja, also, dass wir so ein Aussortieren, nicht, nicht nach Qualität und so, sondern, wo wir eines Sinnes sind. Aber wir haben schon eines Freiheitssinnes. Auch das Menschliche und das Unmenschliche. Ich meine, wir haben gesehen, wie das Unmenschliche über diese ganzen Maßnahmen, dass alte Leute alleine im Altersheim verrecken, weil Politiker entscheiden, ja, da dürft ihr nicht hin, ihr steckt die an oder die Kinder dürfen da nicht hin. Das ist das Unmenschliche und wir haben auch die Menschen im Alltag gesehen, die sagen, nein, du kommst hier nicht rein, bist du geimpft oder du hast keine Maske und da kommst du ja nicht rein. Und wir haben auch die Menschen gesehen, die von Anfang an auch die innere Unterscheidung hatten und das Vertrauen, dass sie eben sich nicht pieksen lassen, wie auch immer und das nicht mitmachen und für sich eingestanden sind. Und da ist wirklich eine große Unterscheidung. Man sieht wirklich, ja, die Welten trennen sich vielleicht in gewisser Weise, aber wie auch immer, ich kann immer nur für mich sprechen. Ich kann nur sagen, ich kann, der Einzige, der in meinem Leben was ändern kann, bin ich. Und das Unmenschliche, wisst ihr, sie haben es so übertrieben, sie haben es so übertrieben, dass man sich nicht umarmen darf, dass man nicht singen darf, dass man nicht zusammenkommen darf. Ja, das heißt, sie haben alles, was den Menschen zum Menschen macht, verboten. Ja. Und dadurch, dass sie es verboten haben, haben sie dem Menschen geholfen, es sich überhaupt erst mal bewusst zu machen. Was macht uns denn zum Menschen? Das ist der Austausch, das ist die Nähe zu den Menschen, das ist das Vertrauen, ja, das ist Zärtlichkeit, Umarmung. Eine Umarmung ist, ja, wie eine Frischgellzellenkur, eine wortlose Umarmung. siehst du das nicht auch so, dass sich das auch auseinander dividiert? Also dieses, dieses uns Vorführen, dieses Unmenschlichen, was du gerade sagst, ja, stellt ja uns, an uns eine große Frage, wofür entscheidest du dich jetzt? Ja. Es bilden sich Affinitäten, also Leute finden sich, die genau in der Ethik oder in den Werten sich miteinander, also zusammentun. Und es gibt aber auch welche, also wo wir uns vielleicht auch alle wundern, ja, die trotzdem in dieses schwarze Loch, was da wie so ein Staubsauger da drüben zieht, ja, trotzdem da reinmarschieren. Also das ist halt diese große Schere, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe immer gedacht, naja, die sind halt ein bisschen zeitverzögert, die sind halt ein bisschen schlumpfer, die brauchen ein paar Monate länger, bis sie es kapieren, ja, aber das kommt ja, das findet ja gerade nicht statt. Es sind ja, das dividiert sich wie ein Reißverschluss gerade auseinander, ne? Ja, die einen gehen in die eine Richtung, die andere in die andere. Ja. Und das muss man akzeptieren, auch, es geht durch die Familie, ne, ich habe einen Bruder, der ist vierfach geimpft, dauernd ist der Rettungswagen da, im Moment ist er in der Reha, und ich weiß gar nicht mehr, was ich da empfinde, ich kann eigentlich nur mit den Schultern zucken, aber es ist, es ist ein anderer Weg, ich gehe einen anderen Weg als er, aber auch ohne das zu beurteilen, nur beobachten, ja, ne, dass man, wie du sagst, man sieht jetzt die Menschen, die menschlich sind und man sieht das Unmenschliche, das heißt, das zu unterscheiden, das ist ja ein Bewusstmachen, ist deutlich ans Licht gekommen und deswegen können wir jetzt auch besser uns entscheiden, in welchen Richtung wir gehen wollen und das ist natürlich auch kostbar, aber auch sehr schmerzhaft, ne, ja, das ist sehr fängt, was sind denn diese Richtungen, die wir gehen wollen, weil zu dem einen, du hast gesagt, dann hadere ich mit Gott, ne, und für mich ist es so, wenn wir die Richtungen anschauen, wenn ich eine Richtung habe, die keine Spiritualität kennt, die das Gott, das Göttliche ignorieren möchte, also diese atheistische Sache, da komme ich immer in die Depression, ich komme immer in das Unmenschliche, weil schlussendlich fehlt mir in der Krise die Ethik, in der Krise fehlt irgendwas, wo ich den Halt habe, der schlussendlich über allem steht und diese Trennung führt dann dazu, dass, ich meine, diese Transformation und das kann man sehen, die Transformation zur Spiritualität, weil der Transformationsprozess immer ein spiritueller Prozess ist, das ist das, was schlussendlich auch die Heilung ist, weil in dieser Transformation ist die Heilung, wenn die Transformation echt ist, dann ist es dann Transformation in die Heilung und die Heilung bekommt wieder, dass ich dieses Diabolische, das Trennende loslasse und in die Einheit, in die alles Verbindende komme und wenn ich in das alle Verbindende komme, ich will nicht Gott definieren, aber dieses Göttliche ist dann präsent und das ist die, ich habe nur die Wahl entweder in dieses Gesunde, in das Gemeinsame, in das Zusammenfügende, in das Heilende zu gehen oder halt schlussendlich in die Depression, die mich selber zerstört. Ja, die Depression, weil da könnte man jetzt, waren wir ja auch fragen, da könnte man jetzt aber auch fragen, hat diese Destruktion oder diese Zersetzung nicht auch ihre Aufgabe, weißt du? Also es ist ja auch, das ist ja auch vorhanden, es muss ja das alte zerstören, dass du auf dem, was weiß ich, dem Holzstück, was sich auflöst, dass du wieder ein neues schöpfen kannst, also es hat ja jedes seine Funktion, wisst ihr, wie ich meine? Die Pilze, denkt an die Pilze, die Pilze haben sowohl, sie lehren uns die Verbundenheit, habe ich in meinem Dankeslied so formuliert, ja, also weil sie im Boden alles Leben miteinander verbinden, die unterschiedlichsten Bäume, Baumarten sind durch die Pilze im Boden miteinander verbunden und gleichzeitig sind Pilze aber auch Destruenten und gäbe es sie nicht, ja, würde kein Humusaufbau stattfinden, weil sie die Ersten sind, die das Lignin da sozusagen raushaugen und für nachfolgende Gemeinschaften oder so die Nahrungsgrundlage bieten und es gibt einen Birkenpilz, der erst Symbiont ist und wenn er keinen Zucker mehr von der Birke bekommt, dann wird er zum Destruenten und löst, weil er dann krank ist, der Baum, und löst den Baum von unten auf auf und deswegen, Susanne, vollkommen richtig, es geht nicht darum, das Destruktive als solches zu verteufeln, es braucht nur seinen Platz im großen Ganzen und nicht absolut, ja. Die wir im Kongress vielleicht auch mehr ausführen, weil das ist ja jetzt ein Einstieg, wir sind schon mittendrin und man könnte dann über freien Willen und die freie Wahl und die Liebe, die da drin steckt, in Gott auch nochmal ansprechen, aber ich würde es auch jetzt, also wirklich, ich würde nicht rausziehen, weil wir können natürlich schon lange, noch lange, ja, es war auch ganz anders geplant, ihr habt es belebt, das hat diese Eigendynamik bekommen, das macht mich sehr glücklich, ich sehe, was an Potenzial da ist, was da gesagt werden will, was automatisch entsteht, ja, ich würde sagen, ich danke euch für eure tiefen, ehrlichen Einblicke, eure Nahbarkeit, die ihr hier gezeigt habt, die Offenheit, die ihr an den Tag gelegt habt und ich kann es aus vollem Herzen sagen, ich freue mich so sehr auf euch, so sehr auf euch, ja, das wären meine Beute nochmal zum Ende. Ja, danke. Ja, dann beenden wir jetzt hier die Aufzeichnung, sagen nochmal Danke an euch vier, dass ihr euch die Zeit heute Abend genommen habt, eine Woche vor Weihnachten, wir freuen uns dann, wenn wir uns in, ja, gut acht Wochen sind es, zehn Wochen knapp, dann sehen, bleibhaftig und dieses Wochenende miteinander gestalten können. Also, ganz herzlichen Dank und der Frau hält an. Ich halte an. Du hältst an, ja. Oh, ich halte an. Oh, halte ich an. Susanne, wir sehen uns.